H.P. Lovecraft Die Aussage des Randolph Carter Ich wiederhole es noch einmal, meine Herren. Ihre Untersuchung ist nutzlos. Sperren Sie mich hier auf ewig ein, wenn Sie möchten. Legen Sie mich in Ketten oder erschießen Sie mich, wenn Sie ein Opfer brauchen, um die Illusion dessen aufrechtzuerhalten, was Sie Gerechtigkeit nennen. Ich kann nicht mehr sagen, als ich schon gesagt habe. Ich habe Ihnen vorbehaltlos alles mitgeteilt, an was ich mich erinnern kann. Ich habe nichts verschwiegen und nichts verändert. Und wenn etwas unklar blieb, dann liegt das an der dunklen Wolke, die sich über meinen Geist gelegt hat. Diese Wolke und die unklare Natur der Schrecken, die für Sie verantwortlich ist. Ich erkläre nochmals, dass ich nicht weiß, was aus Harley Warren geworden ist. Doch ich denke, ja, ich hoffe fast, dass sie mein friedliches Vergessen zuteil geworden ist, wenn es so eine Gnade überhaupt gibt. Es stimmt, ich bin fünf Jahre lang sein engster Freund gewesen und habe teilweise seine schreckliche Erforschung des Unbekannten unterstützt. Ich stelle nicht in Abrede, wenn meine Erinnerung auch ungenau und verschwommen ist. Dass Ihr Zeuge, wie er behauptet, uns vielleicht um halb zwölf in jener grässlichen Nacht zusammen gesehen hat, wie wir auf dem Berg Gainesville in Richtung des großen Zypressensumpfs gegangen sind. Und dass wir Taschenlampen sparten und eine merkwürdige Kabeltrommel mit daran befestigten Instrumenten bei uns hatten, das will ich auch bestätigen, denn diese Dinge spielen eine Rolle in der fürchterlichen Szene, die in meinem verwirrten Gedächtnis eingebrannt ist. Doch was dann folgte und warum ich am nächsten Morgen alleine und benommen am Rand des Sumpfes gefunden wurde, darüber weiß ich nichts Genaues, was ich Ihnen aber auch schon immer und immer wieder gesagt habe. Sie behaupten, in dem Sumpf oder in der Nähe gäbe es nichts, was Ursache der schrecklichen Ereignisse hätte sein können. Aber ich wiederhole, ich weiß nichts über das hinaus, was ich gesehen habe. Vielleicht eine Vision oder ein Albtraum. Ich hoffe inbrünstig, dass es eine Vision oder ein Albtraum war. Dies ist meine ganze Erinnerung an die Geschehnisse in den grauenhaften Stunden, nachdem wir aus dem Blickfeld der Menschen verschwunden waren. Und warum Harley Warren nicht zurückkehrte, wissen nur er und sein Schatten. Oder irgendein namenloses Ding, das ich nicht beschreiben kann. Ich habe schon gesagt, dass ich mit den abseitigen Studien des Harley Warren gut vertraut bin und sie bis zu einem gewissen Grad auch unterstützt habe. Aus seiner großen Sammlung von fremden, seltenen Büchern über verbotene Dinge habe ich all die gelesen, deren Sprache ich verstand, doch das waren nur sehr wenige, verglichen mit denen, deren Sprache ich nicht kannte. Ich glaube, die meisten waren in Arabisch abgefasst. Und das Buch von üblem Geist, das zum Untergang führte, das Buch, das er beim Verlassen dieser Welt in seiner Tasche hatte, war in Schriftzeichen verfasst, die ich nirgendwo sonst gesehen habe. Warren hätte mir nie gesagt, was in diesem Buch steht. Nun, bezüglich unserer Studien muss ich noch einmal wiederholen, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann. Mir erscheint es eine Gnade, dass ich es nicht kann, denn es waren schreckliche Studien, die ich mehr aus widerstrebender Faszination als aus wirklicher Neigung durchführte. Warren war immer der Beherrschende und manchmal fürchtete ich ihn. Ich erinnere mich noch, wie sein Gesichtsausdruck in der Nacht vor den schrecklichen Ereignissen mich erschaudern ließ, als er unentwegt von seiner Theorie sprach, warum bestimmte Leichen nie verrotten, sondern unverändert fest und fett tausend Jahre lang in ihren Gräbern liegen. Jetzt aber fürchte ich ihn nicht mehr, denn ich glaube, dass er ein Grauen weit jenseits meines Vorstellungsvermögens erfahren hat. Nein, jetzt fürchte ich um ihn. Ich erkläre noch einmal, dass ich keine genaue Vorstellung von dem habe, was wir in dieser Nacht vorhatten. Ganz sicher hatte es eine Menge mit dem Inhalt dieses Buches zu tun, das Warren bei sich trug. Das uralte Buch mit den unentzifferbaren Zeichen, das er einen Monat zuvor aus Indien erhalten hatte. Doch ich schwöre, dass ich keine Ahnung hatte, was wir suchten. Ihr Zeuge sagt, dass er uns um halb zwölf am Gainesville in Richtung des großen Zypressensumpfs hat laufen gesehen. Das ist wahrscheinlich richtig, aber ich kann mich nicht erinnern. In meinem Bewusstsein ist nur eine Szene eingebrannt und es muss lange nach Mitternacht gewesen sein, denn der schwindende Halbmond stand hoch am trüben Himmel. Wir befanden uns auf einem uralten Friedhof, so alt, dass mich die vielen Anzeichen unendlicher Jahre erschaudern ließen. Ich befand mich in einer tiefen, feuchten Kuhle, die von hohen Gräsern, Moos und merkwürdigen Ranken überwachsen war, und es herrschte ein schwacher Geruch, den meine eingeschränkte Fantasie absonderlicherweise mit verwesendem Stein in Verbindung brachte. Rings um uns waren die Anzeichen von Verwahrlosung und Niedergang, und ich schien erschreckt von der Vorstellung, dass Warren und ich die ersten Lebenden waren, die seit Jahrhunderten diese Totenstille störten. Über dem Rand des Tals lugte verschwommen die bleiche Sichel des Mondes durch ekelerregende Dämpfe, die aus unbekannten Katakomben zu kommen schienen. In dem schwachen, zitternden Mondlicht konnte ich eine Reihe abstoßender Grabsteine, Urnen, Ehrenmäler und die Fassaden von Mausoleen erkennen, die sämtlich verfallen, Moos bewachsen, von der Feuchtigkeit verschmutzt und teilweise unter der fetten Üppigkeit der unheilvollen Vegetation verborgen waren. Meine erste klare Erinnerung an meine Anwesenheit auf diesem schrecklichen Gräberfeld zeigt mir, wie ich mit Warren vor einer bestimmten halb verfallenen Gruft stehen blieb und wie wir einiges Gepäck ablegten, das wir wohl mit uns getragen hatten. Jetzt fiel mir auf, dass ich eine Taschenlampe und zwei Spaten bei mir hatte, während mein Gefährte eine ebensolche Taschenlampe und einen tragbaren Telefonapparat mitführte. Es fiel kein Wort, denn der Ort und die Aufgabe schienen uns bekannt zu sein und ohne zu zögern ergriffen wir die Spaten und befreiten die flache, vorzeitliche Grabstätte von Gras, Gestrüpp und darüber gefallener Erde. Nachdem wir die Oberfläche, die aus drei immensen Granitplatten bestand, gereinigt hatten, traten wir einige Schritte zurück, um die gesamte Grabstätte überblicken zu können und Warren schien im Kopf einige Berechnungen anzustellen. Dann ging er zur Grabstätte zurück und setzte seinen Spaten als Hebel ein, um die Platte anzuheben, die am nächsten bei den Ruinen lag, die vor langer Zeit einmal ein Denkmal gewesen waren. Es gelang ihm nicht und er gab mir ein Zeichen, dass ich ihm helfen sollte. Zu guter Letzt lockerten unsere gemeinsamen Anstrengungen die Steinplatte und wir hoben sie an und kippten sie zur Seite. Das Entfernen der Platte legte eine schwarze Öffnung frei, aus der übel riechende Gase entströmten, die so ekelerregend waren, dass wir vor Grauen zurückwichen. Trotzdem näherten wir uns nach einem kurzen Moment wieder der Grube und stellten fest, dass die Ausdünstungen jetzt besser zu ertragen waren. Im Licht unserer Taschenlampen sahen wir das obere Ende einer Steintreppe, auf der irgendwelche ekelhafte Feuchtigkeit des Erdinneren stand und die von Feuchten, mit Salpeter überzogenen Mauern eingefasst wurde. An dieser Stelle erinnere ich mich zum ersten Mal, das gesprochen wurde. Wobben sprach mit seiner weichen Tenorstimme lange auf mich ein. Er zeigte keinerlei Verunsicherung durch unsere furchteinflößende Umgebung. Es tut mir leid, aber ich muss Sie bitten, hier oben zu bleiben, sagte er, aber es wäre unverantwortlich, jemanden mit so schwachen Nerven wie Sie dort hinunterzulassen. Sie können sich nicht vorstellen, selbst nicht auf Grundlage von dem, was Sie gelesen und ich Ihnen erzählt habe, was ich dort unten sehen und tun werde. Das ist Teufelswerk, Kater, und ich bezweifle, dass jemand ohne eiserne Nerven das je durchstehen und gesund wieder hier heraufkommen könnte. Ich möchte Sie nicht beleidigen und der Himmel weiß, dass ich froh bin, Sie bei mir zu haben. Doch die Verantwortung liegt ohne Zweifel bei mir und ich kann kein Nervenbündel wie Sie dort unten gebrauchen, wo möglicherweise Tod und Wahnsinn warten. Ich sage Ihnen, Sie können sich nicht vorstellen, was diese Dinge wirklich sind. Doch ich verspreche Ihnen, Sie über jeden meiner Schritte über das Telefon hier zu informieren. Sehen Sie, das Kabel hier reicht einmal bis zum Mittelpunkt der Erde und zurück. Ich kann in meinem Kopf immer noch diese kaltblütig gesprochenen Worte hören. Ich erinnere mich noch an meine Einwände. Ich schien verzweifelt darauf auszusein, meinen Freund in diese unheimlichen Tiefen zu begleiten, doch er war nicht umzustimmen. Er drohte sogar, das Unternehmen abzubrechen, wenn ich nicht einlenken würde. Eine Drohung, die ihren Zweck nicht verfehlte, denn nur er allein hatte den Schlüssel zu diesem Ding. An all das kann ich mich noch erinnern, obwohl ich nicht mehr weiß, was für ein Ding das war. Nachdem ich widerstrebend seinem Plan zugestimmt hatte, nahm Warren die Kabeltrommel und richtete die Instrumente ein. Auf seinen Nicken hin nahm ich einen der Apparate und setzte mich auf einen alten, verblichenen Grabstein direkt neben dem frisch geöffneten Grab. Dann schüttelte er mir die Hand, schulterte die Kabeltrommel und verschwand in dem unbeschreiblichen Beinhaus. Eine Minute lang sah ich noch das Licht seiner Taschenlampe und hörte das Klappern des Drahtes, der hinter ihm auf den Boden sank. Doch das Licht war schon bald verschwunden, so als ob er um eine Biegung der Steintreppe gegangen wäre und die Geräusche erstarben ebenfalls. Ich war allein, aber durch die magischen Schnüre, deren isolierte Oberfläche im verschwommenen Licht der Mondsichel grün glänzte, an die unbekannten Tiefen gefesselt. Ich kontrollierte im Licht der Taschenlampe unentwegt meine Uhr und lauschte mit fiebernder Ungeduld am Telefonhörer. Doch über eine Viertelstunde lang hörte ich nichts. Dann vernahm ich ein schwaches Klicken aus dem Apparat und rief meinen Freund mit angespannter Stimme. Obwohl ich mit allem rechnete, war ich doch nicht auf die Worte vorbereitet, die beunruhigt und zitternd, wie ich es bei Harley Warren noch nie erlebt hatte, aus der schrecklichen Gruft zu mir herauftrang. Er, der mich vor kurzer Zeit so selbstsicher verlassen hatte, sprach nun von dort unten zu mir mit einem zitternden Flüstern, das bedrohlicher Klang als der lauteste Schrei. Mein Gott, Kater, wenn Sie sehen könnten, was ich sehe. Ich konnte nicht antworten, ich konnte nur stumm abwarten. Dann erklangen wieder fast wahnsinnige Worte. Kater, es ist schrecklich, monströs, unbeschreiblich. Diesmal setzte meine Stimme nicht aus und ich stieß eine Flut von aufgeregten Fragen in das Telefon. Von Grauen gepackt wiederholte ich immer wieder, Warren, was ist es? Was ist es? Einmal mehr erklang die von Angst raue Stimme meines Freundes, doch nun schwank auch Verzweiflung mit. Das kann ich Ihnen nicht beschreiben, Kater. Es ist weit jenseits des Vorstellbaren. Ich wage nicht, es Ihnen zu beschreiben. Kein Mensch kann weiterleben, wenn er es gesehen hat. Großer Gott, davon habe ich nie geträumt. Wieder kehrte Stille ein, nur unterbrochen vom Strom meiner unzusammenhängenden ängstlichen Fragen. Dann erklang Warrens Stimme schrill vor tiefster Bestürzung. Kater, um Gottes Willen, schließen Sie die Gruft mit der Granitplatte und sehen Sie, dass Sie wegkommen, wenn Sie können. Schnell! Lassen Sie alles stehen und liegen und versuchen Sie wegzukommen. Das ist Ihre einzige Chance. Machen Sie, was ich gesagt habe und stellen Sie keine Fragen. Ich hatte es gehört, war aber nur in der Lage, meine dummen Fragen zu wiederholen. Um mich herum waren die Gräber, die Dunkelheit und die Schatten. Unter mir eine Bedrohung, die außerhalb des menschlichen Vorstellungsvermögens lag. Mein Freund befand sich allerdings in größerer Gefahr als ich und trotz meiner Angst hatte ich das vage Gefühl, er würde mich dafür verfluchen, wenn ich ihn unter solchen Umständen allein ließe. Hau ab, Kater! Um Gottes Willen, schieb die Platte wieder drauf und hau ab, Kater! Etwas in der knabenhaften Ausdrucksweise meines offensichtlich hilflosen Gefährten gab mir meine Handlungsfähigkeit zurück. Ich traf eine Entscheidung und schrie sie zu ihm hinunter. Warren, fass dich! Ich komme runter! Doch bei dieser Ankündigung verwandelte sich der Tonfall meines Gefährten in einen Schrei der Verzweiflung. Nein! Du verstehst das nicht! Es ist zu spät und mein eigener Fehler schieb die Platte darüber und lauf weg! Es gibt nichts, was du oder sonst jemand noch tun könnte! Der Klang der Stimme veränderte sich erneut und wurde jetzt weicher, so als ob Warren hoffnungslose Verzweiflung ergriffen hätte. Doch China weiterhin von Angst geschüttelt. Schnell! Schnell! Bevor es zu spät ist, Kater! Ich versuchte nicht darauf zu achten, versuchte die Lähmung, die ich gepackt hatte, abzustreifen und mein Vorhaben, ihm zur Hilfe zu kommen, auszuführen. Doch seine nächsten Worte erreichten mich noch in den Klauen unsäglichen Grauens. Beeil dich, Kater! Es hat keinen Sinn! Du musst fliehen! Besser nur eine als alle zwei! Die Platte! Eine Pause, dann ein Klicken und die schwache Stimme von Warren. Es ist fast vorbei. Mach es nicht noch schlimmer. Verschließe diese verdammte Treppe und lauf um dein Leben. Du verlierst Zeit. Mach's gut, Kater. Wir werden uns nicht wiedersehen. An dieser Stelle wurde Warrens flüstern zu einem Schrei. Ein Schrei, der sich in ein Kreischen verwandelte, in dem das Grauen aller Zeitalter lag. Verflucht sei in dieser Ausgeburten der Hölle! Es sind unzählige! Mein Gott! Hau ab! Hau ab! Hau ab, Kater! Danach herrschte Stille. Ich weiß nicht, wie viele unendliche Äonen ich wie betäubt da saß und in dieses Telefon flüsterte, murmelte, rief und schrie. Immer und immer wieder Äonen lang flüsterte, murmelte, rief und schrie. Warren! Warren! Antworte! Bist du noch da? Und dann kam das Grauen über mich, das alles übertraf. Das unglaubliche, undenkbare und fast unbeschreibbare Ding. Ich habe gesagt, dass Äonen vergangen zu sein schien, seit Warren seine letzte, verzweifelte Warnung herausgeschrien hatte und dass nun meine eigenen grässlichen Schreie die Stille zerrissen. Doch nach einer Weile klickte der Telefonapparat wieder und ich bemühte mich, etwas zu hören. Wieder rief ich hinunter, Warren! Bist du da? Und dann antwortete das Ding, das meinen Geist umwölkt hat. Meine Herren, ich werde nicht versuchen, dieses Ding zu erklären, diese Stimme. Noch kann ich es im Einzelnen beschreiben, denn die ersten Worte schon raubten mir das Bewusstsein und ließen meinen Geist zu einem unbeschriebenen Blatt werden, bis zu dem Zeitpunkt, als ich im Krankenhaus erwachte. Sollte ich sagen, dass die Stimme tief war, hohe, gallertartig, weit entfernt, unterirdisch, nicht menschlich, körperlos? was soll ich sagen? Das ist das Ende meines Erlebnisses und das Ende meiner Geschichte. Ich hörte diese Stimme und weiß nichts darüber hinaus. Ich hörte sie, als ich versteinert auf diesem unbekannten Friedhof saß, in der Kuhle zwischen verwitterten Steinen und den verfallenen Gräbern, der wuchernden Vegetation und dem Verwesungsgeruch. Ich habe sie deutlich aus den innersten Tiefen dieses verfluchten Grabes vernommen, als ich die amorphen, aasfressenden Schatten im untergehenden Mond tanzen sah. Und sie, diese Stimme, hat gesagt, Donar, Warren ist tot.